Hallo, da so viele danach gefragt haben, gibt es heute das Bier-Review vom leckeren Kotzell Bier. Es ist ein tschechisches Bier. Es ist ein polnisches Bier. In Tschechien gekauft. Es ist ein tschechisches Bier. Es ist ein tschechisches Bier. Es hat gar nicht so viel Geschmack. Du kannst es gut rein schlucken. Es ist nicht so mega viel Kohlensäure. Es ist die Nummer 10. Was hat das zu tun? Malzgehalt oder so. Malzgehalt oder so. So richtig sind wir uns nicht. Aber wir wussten es mal. Jetzt wissen wir es auch noch nicht mehr. Na ja, ich trinke noch mal einen Schluck. Ja, es ist jetzt irgendwie nichts besonderes. Wie gesagt, wenig Kohlensäure, wenig Geschmack. Haben wir gut rein. Für Bierball vielleicht ganz okay. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.